Hallo meine Lieben, heute haben wir Daniele Ganser bei uns im Gespräch. Vielen Dank, lieber Daniele, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir, Christi, für die liebe Einladung. Sehr gerne und immer wieder gerne. Du bist ja Friedensforscher, Historiker und Autor und ich möchte heute über den Russland-Ukraine-Krieg sprechen. Ich persönlich bin ja auch in der Ukraine geboren und dort ein Teil meines Lebens aufgewachsen, deswegen auch für mich nochmal eine besondere Rolle dabei. Kannst du vielleicht kurz die russischen und die ukrainischen Interessen erläutern, warum ist dort Krieg? Ja, kann ich gern, Christi. Also die Ukraine wird ja von Präsident Zelensky regiert und Zelensky möchte nicht, dass er Teile seines Landes verliert. Also die Ukraine möchte nicht kleiner werden, das ist eigentlich das Hauptinteresse der Regierung in Kiew. Und Russland wird ja von Präsident Putin regiert und Präsident Putin möchte nicht, dass in der Ukraine eigentlich russischsprachige Ukrainer getötet werden. Das ist im Bürgerkrieg passiert. Und er möchte nicht, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird, weil die NATO ist ein Militärbündnis, das von den USA angeführt wird. Und wenn die Ukraine in der NATO ist, dann können die Amerikaner Atomraketen sozusagen vor die Tore Moskaus stellen. Das wollen die Russen nicht. Das sind eigentlich diese zwei Perspektiven von Zelensky und von Putin. Es ist ja so, dass dieser Krieg jetzt nicht 2022 im Prinzip angefangen hat, sondern der Konflikt ja bereits viel früher begonnen hat. Und im Frühjahr 2014 war es ja schon, sprach man ja von einer Annexion der Halbinsel Krim durch Russland. Und viele Länder kennen das jetzt nicht an. Wie siehst du das? Du hast dich ja auch schon geäußert, zum Beispiel bei Taiwan und China und hast ja auch gesagt, dass Taiwan ja ursprünglich geschichtlich gesehen auch zur Volksrepublik China gehört und diese auch offiziell ihr Territorium wieder zurückholen möchten. Wie ist das bei der Halbinsel Krim? Also du sagst ganz richtig, dass der Krieg eben nicht am 24. Februar 2022 begonnen hat, also jetzt vor genau einem Jahr, sondern schon 2014. Weil am 20. Februar 2014 gab es einen Putsch in Kiew. Kiew ist die Hauptstadt der Ukraine. Und nach diesem Putsch hat sich die Krim abgespalten und da gab es eine Abstimmung auf der Krim. Und die haben gesagt, wir wollen zu Russland gehören. Das heißt, dieser Krieg dauert jetzt eigentlich schon seit neun Jahren an. Es ist eben falsch, wenn in unseren Medien steht, der Ukraine-Krieg, der ist ein Jahr alt, sondern die Wahrheit ist, er ist neun Jahre alt und er hat am 20. Februar 2014 begonnen mit diesem Putsch. Und dieser Putsch ist eben ein heißes Eisen, weil meiner Meinung nach haben die Amerikaner ihre Finger im Spiel gehabt. Der amerikanische Präsident damals war Obama und der Vizepräsident war Joe Biden. Und das ist speziell interessant, weil Joe Biden ist jetzt ja Präsident in den USA. Das heißt, dieses Zweierteam, Zelensky-Putin, muss man ergänzen mit Joe Biden. Es ist eigentlich Joe Biden, der den Putsch macht 2014 zusammen mit Obama und Victoria Nuland. Und dann kommt diese Abspaltung der Krim. Und ich glaube, die Abspaltung der Krim erklärt sich dadurch, dass die Russen auf der Krim, auf Sevastopol, einen Militärstützpunkt haben. Und Putin wollte auf keinen Fall, dass dieser Militärstützpunkt eigentlich den Amerikanern in die Hände fällt. Der russische Präsident hat ja auch die Städte Luhansk und Donetsk auch für als eigenständig erklärt. Und sie, was natürlich auch der ukrainische Präsident gesagt hat, nein, das geht nicht, das machen wir nicht. Und siehst du dabei überhaupt eine Möglichkeit der Einigung, wenn die Ukraine jetzt, wenn dieser Krieg immer weitergeht und die Ukraine so Stück für Stück zerrupft wird? Also wie siehst du das? Ja, die Ukraine ist schon in einer schlimmen Lage jetzt. Und das tut mir wirklich leid für alle Menschen, die in der Ukraine sterben. Sowohl die Ukrainer wie auch die Russen, die dort sterben. Und es tut mir leid für beide, weil es sind eigentlich Brüder und Schwestern, die hier getötet werden und die sich gegenseitig töten. Die Amerikaner, muss man leider sagen, haben von weit her diesen Konflikt befeuert. Es gibt einige amerikanische Geostrategen, die haben gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das ist eine zynische Aussage und die sagt eigentlich, dass die USA Russland schwächen möchten und dass die Ukrainer dafür eben den Preis bezahlen. Und darum wurde eigentlich dieser Putsch gemacht. Stell dir vor, man hätte den Putsch nicht gemacht, dann wäre die Ukraine ein stabiles Land geblieben. Aber dann hat man den Putsch gemacht am 20. Februar 2014. Viktoria Nuland ist eine Mitarbeiterin, eine hochrangige Mitarbeiterin im amerikanischen Außenministerium. Und sie hat gesagt, fuck die EU, das ist einfach, ist uns doch egal, wenn die Europäische Union da sozusagen in eine große Krise gerät. Und dann ging es eigentlich nur bergab. Also der Bürgerkrieg von 2014 bis 2022 hat 14.000 Tote gefordert. Der wurde aber in unseren Medien überhaupt nicht behandelt. Da hat man gesagt, gibt es nicht. Und da ist eben der Donbass, ist eigentlich dort vor allem beschossen worden. Und das hat dann wiederum die russische Invasion herbeigeführt, die auch illegal ist. Also Russland darf nicht einfach in die Ukraine einmarschieren, weil eben das Völkerrecht das verbietet, dass ein Land ins andere Land einmarschiert. Aber der Konflikt ist eben neun Jahre alt. Und ich glaube, eine Entspannung ist nur möglich, wenn die USA gegenüber Zelensky sagen, okay, es wäre jetzt besser, du verhandelst. Weil es ist der amerikanische Präsident Joe Biden, der sozusagen Zelensky mit Waffen und Krediten ausstattet. Und zuerst haben die Russen noch gedacht, ja, wir werden nur sozusagen gezielt militärische Operationen ausführen. Und dann haben sie gemerkt, dass der Westen, also die NATO-Staaten, sehr, sehr, sehr viele Waffen reinwirft. Und das hat dazu geführt, dass die Russen, die eigentlich mit 150.000 Mann angetreten sind, ihre Truppenstärke verdoppelt haben auf 300.000. Und ich persönlich halte es nicht für realistisch, dass die Ukraine die Krim zurückerobt oder den Donbass oder Kherson oder Saporizhia, also all diese Gebiete, die die Ukraine schon verloren hat an Russland. Die, nehme ich an, werden sie nicht zurückbekommen. Aber es wäre meiner Meinung nach jetzt wichtig, dass sie möglichst schnell Verhandlungen führen, also dass Präsident Zelensky und Präsident Putin verhandeln und dass sie einen Waffenstillstand machen. Das, glaube ich, wäre das Wichtigste, weil sonst, je länger der Krieg dauert, also wenn der Krieg noch ein oder zwei Jahre lang dauert, wird es für Präsident Zelensky nur noch schlecht aussehen. Ja, das stimmt auf jeden Fall.